hallo markus guten morgen hat es wieder gut rum von der chilen akademie und ich möchte euch wieder einen unserer referenten vorstellen das ist markus wagner und der unterrichtet für uns philosophie und geschichte tai chi und schickung grüß dich hallo gut und hallo liebe zuschauer also markus erzähl uns mal ein bisschen etwas über dein thema und ich habe gleich mal eine erste frage die mich persönlich auch sehr interessiert geschichte und philosophie das ist jetzt klingt erstmal sehr theoretisch und ja die meisten tai chi und chi gong leute die wollen gerne in die praxis gehen und wollen nach einfach ihre übungen machen warum sollen wir uns in zeit nehmen uns überhaupt mit diesem thema zu beschäftigen was ist dir daran so wichtig also vorweg wir werden im seminar praxis praktizieren üben aber dann zu jetzt konkret zu deiner frage warum ist die geschichte interessant für unsere praxis ja als ich zum beispiel mit tai chi angefangen habe 1997 da habe ich mir nicht einen stil ausgesucht oder irgendwas spezielles ausgesucht ich habe einfach bei der volkshochschule tai chi begonnen und das war für mich das tai chi schlechthin und ich habe erst im laufe der zeit gelernt dass das eine spezielle variante des tai chi war und wenn man das so ein bisschen nachvollzieht ohne jetzt zu sehr ins detail zu gehen einfach nur mal die orte wo das quasi entlang gegangen ist dann ist das schon eine ganze menge spannendes zeug das hat angefangen der yang luchan aus jungian der kam ins chen dorf hat dort was gelernt ging nach peking und wurde dann zum berühmten und unbesiegbaren yang luchan hat seinen sohn unterrichtet und den chuan yu die der sohn von dem chuan yu wiederum der wu jen chuan der begründer des wu stils ist nach shanghai gegangen hat dort wieder ein bisschen anders unterrichtet ist später nach hongkong gegangen hat in hongkong einen schüler namens chen wing kong unterrichtet der dann für ihn als lehrer für ganz für die ganzen inselstaaten zuständig war der hat wiederum in malaysia unterrichtet den sim tai chen der österreicher gerald hofer ist nach malaysia und nach bei sim was gelernt und ist dann irgendwann zu seinem studium zu seinem doktorat studium nach marburg gekommen und hat dann in marburg an der volkshoch schule unterrichtet und bei dem habe ich einen kurs gemacht so bin ich zu einem ganz speziellen stil gekommen mit einer bestimmten geschichte ja und so hat jeder stil eine geschichte jeder der heute tai praktiziert und übt der hat so eine geschichte im hintergrund und das ist sehr spannend die zu kennen und auch sozusagen die stationen ein bisschen kennenzulernen was sich in diesen stationen wie anders und weiterentwickelt hat kannst du uns denn da mal ein beispiel geben also wenn ich jetzt in den kurs komme wir woran würde ich denn das merken oder was was wäre denn der aus also wie wird sich das ausdrücken in den in den praktischen übungen meinst du jetzt die unterschiede oder dass er zum beispiel auch dein spezielles stil wäre jetzt mal ein gutes beispiel aber kannst du auch andere also ich praktiziere verschiedene stile aber der stil über den ich gerade gesprochen habe zum beispiel ist da eine besonderheit dass dieser chen weng quong der ist ein wu stil lehrer der hat aber auch sich sehr stark für qigong für spezielle arten von qigong interessiert und hat seltene arten von qigong gelernt das spontane qigong ziffer gong und ein esoterisches qigong und diese dinge fließen in das tai chi bei mir mit ein und bei anderen fließen andere dinge mit ein ah ja genau ja das kann ich mir vorstellen das kann also sein dass auch jemand mehr kampfkunst orientiert ist mehr auf den gesundheitsaspekt wert legt und jemand anders vielleicht auf den qigong-aspekt wert legt und dazu ist es gut wenn man ein bisschen die traditionslinie kennt woher der lehrer gekommen ist habe ich dich da richtig verstanden genau das ist das eine für das eigene selbstverständnis ist sehr gut auch natürlich wenn wir wir unterrichten wir sind in gewisser weise profis und wir werden ja auch von unseren teilnehmern mal gefragt und es gibt auch mal fragen die nicht so ganz einfach sind die andere schule macht das anders warum was ist denn jetzt richtig ja 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 und da kann man einfühlsam darauf eingehen und kann sagen die anderen machen das da deshalb die haben guten grund dafür wir haben anderen grund dafür das anders zu machen und auch für also für das erklären aber auch für das eigene selbstverständnis weiterzukommen in seinem üben und ich denke auch wenn man selber kursleiter oder kursleiterin ist ist es halt auch gut wenn man sich selbst in mit seinem eigenen üben dann ein bisschen in diese ganzen traditionen einordnen kann also wenn man selber weiß wo stehe ich denn da an welcher stelle genau das finde ich ganz wichtig also das gibt es ja immer mal wieder also ganz am anfang habe ich mich auch nicht großartig einordnen können und das sieht man immer mal wieder dass leute sagen was ich mache tai chi was machst du denn tai chi und wissen nicht welchen stil sie machen man muss nicht so sehr ins detail gehen aber man muss sollte schon als profi wissen dass es da mehreres gibt und dass man nicht alles abdecken kann genau ja und vielleicht auch das was mir ganz speziell gut kann aus seiner tradition auch mal wirklich nach außen präsentieren kann und die leute auch wissen ach ich suche ja das und deshalb gehe ich auch genau zu dem leere genau das was man so im geschäftsleben unique selling proposition nennt das was man speziell selbst anzubieten hat wo man denkt da bin ich besonders dass man das auch weiß und das dann auch kommunizieren kann ja trotzdem gibt es ja glaube ich also denke ich jetzt mal doch auch ein paar dinge die sind allen tai chi stilen gemeinsam die sich vielleicht aus der geschichte so als ja das ist jetzt mal also das gehört unbedingt zum tai chi dazu sonst ist es kein tai chi mehr würdest du sagen das stimmt also ist ich würde nicht sagen dass es das eine gemeinsame merkmal gibt es gibt von ludwig wittgenstein so ein konzept das nennt sich familien ähnlichkeit das ist einfach so was bildliches wie man die ähnlichkeiten in der familie erkennt aber nicht zwei leute haben die genau den gleichen mund sondern bei zwei leuten gleichen sich die augen bei den anderen beiden der mund und so weiter also es gibt so eine gemeinsame ähnlichkeit das sind aber mehrere unterschiedliche dinge die dann die verbindung herstellen okay natürlich gibt es eine geschichte die wo auch was zurückzuführen ist es gibt wohl keinen stil der nicht wolkenhände zum beispiel in seinem seiner form drin hat da gibt es schon dinge wo man sagt die sind fast allen zumindest gemeinsam und auch ja die philosophie von yin und yang beispielsweise das ist in manchen traditionen wird es sehr explizit gemacht dass man sagt in der form spielen wir die entstehung von yin und yang aus dem urchaos aus dem wuji ins tai chi nach wir beginnen im wuji stand beginnen dann mit der mit shisha mit der tai chi bewegung wo bewegung und ruhe entstehen und dann kommt die ganze form das spiegelt die 10.000 dinge und am schluss geht es wieder zu wuji zurück gut es gibt aber doch noch so begriffe aus und teils wie song oder ähnliche sachen sind die denn nicht an allen stilen gemeinsam oder gibt es da auch noch unterschiede doch also ich kenne jetzt keinen stil wo song zum beispiel keine rolle spielt okay ein extrem beispiel ist für mich zum beispiel das pang jing die kraft pang jing das sieht man daran dieses wort pang das ist das einzige wort das gibt es im chinesischen nicht außer nur im tai chi das ist doch spannend entwickelt das ist dort entstanden und das zeigt dass das ist dem tai chi allen tai chi stil gemeinsam dass das eine rolle spielt ja super also dass das gibt also sagen wir mal diese dinge wo man sagt das sollte man sich auf jeden fall achten chinesischen begriffe kennen und erklären können und wissen was mache ich dann wie bringe ich das im körper zum ausdruck und daneben diese ganz unterschiedlichen familien traditionen und da auch wieder den eigenen platz zu kennen dabei genau diese traditionen die sind ich verstehe sie als unterschiedlich informierte die leute haben verschiedene background und haben auch verschiedene neue sachen innovation mit reingebracht unterschiedlich informierte methoden kommen komplexe um diese sachen zu erreichen pang jing kann ich verschiedene arten einüben ja auch mir verbildlichen und das machen verschiedene stile unterschiedlich und da können sich sehr bereichern ja 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 toll markus erzähl uns noch ein bisschen was zu dir du bist philosoph und natürlich langjähriger tai chi lehrer und praktizierender ich habe dich eingeladen weil ich dich auch persönlich kenne als referent in unserer akademie weil ich denke das wird spannend mit dir wie bist du denn da wie war dein eigener weg mein eigener weg das sind zwei wege die zu sehr stark zusammengekommen sind ich wie du schon gesagt hast ich habe philosophie studiert philosophie religionsgeschichte und religionswissenschaft in erst in mainz und dann in marburg und im rahmen der philosophie und religionswissenschaft studiums bin ich auf buddhismus dann auf daoismus gestoßen und über den daoismus habe ich dann kennengelernt das ist so wie etwas wie tai chi überhaupt gibt und also fand den daoismus sehr spannend und es ist nicht eins zu eins tai chi daoismus aber es hat miteinander zu tun und dann habe ich mal tai chi ausprobiert und das war 97 und seitdem bin ich dann kontinuierlich dran geblieben also ich habe 2002 angefangen zu unterrichten habe mein studium 2003 abgeschlossen ich komme noch aus der zeit als man lange und ausgiebig und sehr frei studieren konnte also ich habe auch veranstaltungen in der ethnologie gemacht in der indologie in der sinologie habe ich über zwangze veranstaltungen gemacht und ja so ist das zusammengekommen und ja das tai chi ist auch ein großes philosophisches feld wo man sich dann auch beschäftigen kann und immer mehr herausforschen kann da würde ich mich gerne noch mal mit dir darüber unterhalten wir haben ja schon gesagt ich besuche dich demnächst mal und dann erzählst du mal noch was über das andere modul dass du auch für die chilen akademie machst da bin ich schon sehr gespannt und freue mich darauf jetzt vielleicht noch ein paar tipps wie wir denn das seien es gibt ein online seminar diesmal was erwartet die teilnehmer an dem wochenende wie willst du das machen ja wie also wie es hier schon vorhin so ein bisschen angeklungen ist also mir ist es wichtig die brücke zu schlagen zwischen den verschiedenen stilen den verschiedenen traditionen ich gehe davon aus dass leute aus verschiedenen traditionen kommen zu diesem seminar dass wir die werden nicht alle aus der gleichen tradition und das ist ganz klar eine bereicherung da kann man sich austauschen und das wollen wir ausgiebig tun dass jeder ein bisschen was vorstellt also ganz ganz da braucht man nicht irgendwie großartig was zu präsentieren sondern einfach mal zeigen wie machen sie es und dann stellen sich mir schon fragen wo ich darauf eingehen kann wo wir darüber diskutieren kann ja wie ist denn das der eine rollt zuerst den fuß ab der andere setzt die ferse ab und geht dann gleich mit dem gewicht nach vorne welchen effekt hat das wie steht das in verbindung mit der tallien drehung oder anderen sachen also da wollen wir sehr viel daran arbeiten entschuldigung ich muss das hier mal ausmachen das handy hat gerade klingelt gerade ja und das klingt jetzt mal nach sehr praktische tai chi übungen genau ja und das dann wieder in kombination mit theoretischen abschnitten oder wie wird es sein natürlich als wird ein input geben also damit erwarte nicht dass jeder alle stile schon vorher kennt also ich werde ein bisschen historisch was erzählen von chen jagu jao bao über den yang stil die verschiedenen sun wu hao und so weiter stile was es da so alles gibt auch ein bisschen was über die unterstile ob man im yang stil cheng man ching linie macht oder dann die so ein hybrid wie die peking form oder was anderes den großen rahmen den kleinen rahmen ist auch wieder ein unterschied aber ein bisschen was darüber erzählen und dann wird es ziemlich leicht für die leute ihren eigenen stil da einzuordnen und wir werden auch ein bisschen klassiker zusammen lesen und eigene interpretation dazu bilden und vergleichen die interpretation der theoretischen texte kommt natürlich auch immer aus der eigenen praxis raus und da die praxis unterschiedlich ist werden wir auch unterschiedliche interpretation der texte haben wird das ein wechsel zwischen theorie und praxis super ja vielen dank markus das klingt alles sehr spannend also liebe kursleiter und kursleiterinnen meldet euch an bringt euch ein bringt euren stil mit ein das wird bestimmt super toll je mehr unterschiedliche stile desto spannender wird das wochenende und ich freue mich schon drauf vielleicht gucke ich auch mal mit rein ich glaube ich habe an dem wochenenden nicht auch ein bisschen zeit es interessiert mich selber auch sehr und wenn ihr mehr darüber wissen wollt guckt mal unten in den kasten unter dem film da schreibe ich euch den link rein wie ihr auf der internetseite auch das anmeldeformular findet ja markus dann bis bald mal wenn wir uns über den daoismus und über die philosophie noch mal unterhalten da freue ich mich schon darauf vielleicht bei einer guten tassen chinesischen tee ja ok dann war's gut